Servus Leute zu einem weiteren Video und diesmal wie ihr schon ein länges Video erkennen könnt, ist es kein langes Video. Was eine Erkenntnis fragt ihr euch jetzt? Ja und zwar habe ich eine Solo-Runde gemacht, die ist gut gewesen, der Anfang war relativ zäh, deswegen habe ich euch die letzten 4 Minuten einfach reingeschnitten. Deshalb gönnt euch das kurze Video und haut sie rein. Tschüss. Spannende Musik Das war's für heute. 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 Das war's für heute.